yo wunderschönen gutenberg meine sprühen spritzer cronies am start und ja mates wir sind zurück auf dead rob absolut geil ja die sollte ich einfach mal öfters fragen ob ich ein video machen kann weil die affiliates laufen da auf jeden fall auch echt gut vielen dank dafür wenn ihr hier zocken wollt natürlich erst wenn ihr 18 seid und auch numikole die ihr übrig habt dann könnt ihr gerne den code chrony benutzen ist nämlich ganz nice so ein bisschen zu brauchen also bin ich immer sehr sehr dankbar sagen wir so sollte ich mal etwas anschreiben absolut geile seite vor allem die battles hier sind der absolute wahnsinn 150 tacken haben war ist natürlich sehr sehr lecker ist natürlich ein sponsort video truppenspiel gucken wir mal rein machen wir direkt hier 18 dollar battle rein da gegen den face moti hier schön die troll icons okay wir sind vorne schon mal jeder dollar kann zählen die letzten battles habe ich ja auch so übel knapp manchmal verloren deswegen wir freuen uns über jeden jeden einzelnen dollar den wir hier mehr profit haben als er well worn mehr wert als viel testet ist natürlich auch schon wieder absoluter fehler im system aber ich krieg die kohle nicht raus nach wenn ich denke dass hier so sind so high skins drin ich kriege nicht mal die 18 dollar raus oder 18 dollar gekostet auch wenn ich jetzt alles gewinnen kriege ich ja nicht mehr raus lol doch okay immerhin gelohnt hat sich es natürlich nicht mit dem 5er plus ne aber lassen wir mal so stehen hauptsache gewonnen besser als verloren hätte man nämlich gar nichts hier so ein 150 dollar battle hätte ich ja schon hart bock drauf ne aber irgendwie ist mir dann doch zu risky will die seite hier auch ein bisschen enjoyen wenn ich so lange nicht mehr hier unterwegs war vier dollar er direkt schon mal los groß vorgelegt hier ist an sich kostet auch vier dollar auch mann er zweimal die dollar gezogen und es ist halt nur die vier dollar case da wieder aufzuholen wird sehr sehr schwer aber alles möglich natürlich geht alles oh ja okay kann ich vergessen das battle kann ich vergessen er hat hier aber auch richtig richtig luck ne 4 dollar case und zieht hier 33 dollar skin sehr 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 heavy oh und jetzt kriegt er auch noch ein 8 dollar skin von mir okay aber sei ihm gegönnt ne wenn er so oder so gewinnt dann oh 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 nevermind digger er flippt richtig aus auf letzten auf dem letzten drücker auf den letzten drücker oh mein gott wie geil ist das denn oh mein gott sorry bruder oh mein gott so glück habe ich ja nie erwartet oh man hier sind aber ich ja nie erwartet nein da wollte ich jetzt gerade rein doch mal da wollte ich jetzt gerade rein in die luzi kommen über hier ein einfach weil es gerade so geil lief ist natürlich hier ziemlich ziemlich risk gegen zwei andere oh mein gott dass ich das battle aber krack gewonnen habe absoluter wahnsinn das habe ich trotzdem verloren schade denn mit der hat gerade schade schade oh mein gott das dass ich das gerade trotzdem gewonnen habe ist natürlich der absolute super wahnsinn kann man nichts sagen okay hier ist so ein dual battle 43 dollar gehe ich rein aber nur weil wir trotzdem battle halt denn immer noch im profit sind weil ich jetzt gerade hier so heftig reingelackt habe ansonsten in solche battles vor allem in der preis range schon bisher risky mischi bruder ehre ehre kann ich hier nicht einen daumen nach oben machen das ist das beste zeichen ich wollte dem daumen nach oben gehen das wäre natürlich absolut geil haben sie gerade aus das gezogen oder um flie technical aus ne okay wäre natürlich absolut geil wenn man hier seinem team partner noch einen icon geben könnte mit daumen nach oben will ich fühlen würde die feier ohi oio 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 al desback die anderen zwei werden hier aktuell noch echt hart versorgt vor allem sind das ja schon Banger Puls, die wir haben. So eine Kiste kostet eigentlich 3,50. Und wir haben hier zwei Puls, über 30 Dollar. Ist natürlich super, super lecker. Haben wir auch beide was Gutes gezogen. Irgendwas Geiles ist mir natürlich jetzt trotzdem noch gut. Auch wenn die jetzt noch was Geiles ziehen. So ein geiles Item könnten die noch ziehen. Das ist natürlich dann auch Profit für uns. Wird ja auch durch zwei gesplittet. Die hatten wirklich überhaupt gar kein Glück. Bin mal gespannt. Aber wir sind auf jeden Fall im Welten vorne. Um Welten sind wir vorne. Jetzt kommt gleich noch mein Banger Pull. Ja, um Welten vorne. Okay, aber 43 Dollar hat es gekostet. Wir haben zum Glück jeder Einzelne sogar schon mehr gezogen. Deswegen. Gut Profit gemacht. Die haben ja auch ein paar neue Cases gettet. Die werden uns auch gleich mal angucken. Aber als erstes geht es natürlich hier in die Battles. Boah, 160 Dollar Battle. Das würde ich ja gerne machen und gerne gewinnen. Aber da fehlen mir gerade noch ein bisschen die Eier. Vielleicht machen wir es beim nächsten Mal. Boah, grandioses Video bis jetzt. Och Mann, ist hier schon wieder voll. Hier, wenn wir mal zwei mal zwei. Und ich will... Ne, Terror ist gut. So, jetzt machen wir noch Cases hinzufügen. Die haben hier nämlich neue Cases. Die Frage ist, welche ist hier neu? Damn, 2020 für 20, 20. Finde ich eine witzige Idee. Packen wir mal rein. Ultralight, Darkness, Beast. Die sind, glaube ich, nicht neu, oder? Iggy ist vielleicht neu. Hm. Boah, das haben wir aber schon relativ teuer, ne? House of Cases, Hola. Bieber Case, 137 Dollar. Hat der ja auch schon, äh, Katowice-Skicker gezogen. Hab ich schon mal im Video gesehen. Ne, okay. Machen wir mal so auf und gucken, ob da für 40 Dollar jemand reinkommt. Der natürlich lecker schmeckt. Eintdessen können wir auch noch gucken, ob noch andere Games offen sind. Ah, so eine True-Kiste. Hm. Oh. 32 Dollar ist eigentlich lecker. Geh ich mal rein. Bei random Info an der Seite. Ich war jetzt auch, äh, heute beim, äh, Corona-Test. Äh, nicht Corona-Test, einmal der Zicky. Sondern Impfung. Und, äh, ja. Jetzt werde ich mal gespannt abwarten, wie das hier aussieht, der ganze Hase. Ich werde euch dann in den laufenden Videos mal ein Feedback geben, ob mir der Arm abgefallen ist, ob ich zum Zombie geworden bin, oder ob alles einfach ganz geschmeidig abgelaufen ist. Äh, bin naja noch ein bisschen geteilter Meinung. Muss ich ehrlich sagen. Oh, das sieht ganz schlecht aus. Aber vielleicht kann ich hier wieder den Banger-Pool rausziehen am Ende. Oder irgendwann zwischendrin. Boah, sieht ganz schlecht aus. Alter, der hier hat gut. Der hier hat richtig gut. Der Duck. Der hat auf jeden Fall einen nicen Seed gehabt. So, jetzt mal gucken. Komm noch einmal richtig rein lang. Ah, schade. Okay, das wird auf jeden Fall nix. Ah, mein anderes. Hier. Zum Kampf. Attacke. Nein. Hä? Was waren das für... Ach so, das war auch ein 2 gegen 2. Okay, aber wo ist jetzt mein Battle? Ach, hier. Okay, okay. 40 Dollar Battle ist hier noch am Start. Zwei Cases. Müssten wir natürlich hoffen, dass da ein bisschen was rauskommt, ne? Oder allgemein, dass wir gewinnen. Hauptsache gewinnen. Der Rest ist erstmal nicht so wichtig. Ja, okay. Drei von vier. Sollte der letzte eigentlich auch entspannt vollgehen. Sieht gut aus, der Little Italiano. Oh, 22. Oh, wow, 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 wow. Oh, nein, nein, haben die uns versohlt. Holy shit. Aber dieses andere versohlt. Dieses ganz, ganz andere versohlt. Okay, wir gucken uns hier noch ein paar neue Cases an. Machen die, denke ich, auch mal auf. Vielleicht mal die Beaver Case aufmachen. Oh, ich weiß es nicht. Die Beaver Case ist halt sehr, sehr teuer, ne? Ach komm, wir machen es. Wir machen die Boy-Kiste aus sozusagen. Und erstmal gucken, was wir überhaupt drin sind. Ein Prozent. In der Hole ein Prozent. Hm. 17 Dollar. 20 Prozent. Natürlich cool, dass das hier angezeigt wird, alles, ne? Der Kist kostet auch 137 Dollar. Und wir haben hier 70 Prozent. Absolut reinzuscheißen. Und 30 Prozent auf... Äh. Hm. Komm, wir machen es. 3, 2, 1, go. Also ich glaube, das war keine gute Idee. Ich glaube, das war überhaupt, überhaupt, überhaupt gar keine gute Idee. Ah, 90 Dollar. Okay. Kacke. Jetzt haben wir, wir haben sogar mit 350 angefangen und sind trotzdem krassen Start noch ins Minus gerutscht. Ich habe kacke gedacht, ich kriege die Handschuhe. Aber war nicht der Fall. Aber wir sind hier sogar echt tatsächlich noch ein bisschen, äh, ins Minus gerutscht, ne? Habe ich jetzt auch nicht gedacht. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Habe nichts gesagt. Habe absolut nichts gesagt. Einfach mal ein bisschen rumheulen hier und dann, zack, sind wir wieder im Plus. Jetzt sind wir sogar, äh, gut im Plus. Also schmeckt auf jeden Fall. Äh, zwar nicht durch die, äh, Beaver Case, aber durch die Mealord Case. Direkt ein paar knackige Handschuhe gezogen. Lecker. Lecker, lecker, lecker. So. Kommen jetzt hier noch so ein Knife raus, so ein Fade. Dann wäre doch gute. Ah, schade. Ein bisschen weiter, aber ist natürlich absolut geil. Haben wir hier geschmeidige 428 Dollar. Ich bedanke fürs Zuschauen. Haut rein. Und, äh, bis Spider-Man. Schade. Dann.